Also lasst uns doch mal hier im Kreis austauschen in der Gruppe, was haben wir denn bisher gelernt? Das sind so Fragen, die wir Trainer gerne stellen, auch weil wir immer gerne hören möchten, was unsere Teilnehmer Kluges gelernt haben von uns. Nichts dran verkehrt, aber gerade zu Beginn eines Trainings fehlt dafür oft die psychologische Sicherheit. Grundregel, erst Beziehung, dann Inhalt. Kann zum Beispiel klüger sein, sowas am Anfang in Kleingruppen austauschen zu lassen. Dann hören wir es nicht, müssen wir aber auch nicht. Solche Kniffe gucken wir uns an in der DIKT-Trainer-Ausbildung. Und wir freuen uns mega auf Dich, wenn Du bereit bist, Deine Trainerskills aufs nächste Level zu heben.